Ja warte mal, wir gehen dann vor, oder wie läuft das jetzt ab, ja? Warte, wenn ich jetzt was erster mal schieße, fangt ihr an zu laufen, also zu gehen, ihr geht, ihr dieses Tempel, und beim zweiten Schuss geht ihr euch um und versucht ihr an, um zu erschießen. Okay, dürfen wir jetzt hinknien oder irgendwas machen, oder? Müssen wir aufrecht bleiben? Aufrecht, und ihr bleibt auch aufrecht. Okay, alles klar, Alex, das ist auch. Bereit? 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 Ich war zu schnell, ne? Nee, echt? Was machst du denn, rennt er weg, hast Angst? Ich versiehe. Warte. Bereit? Nein, warte noch, ich bin noch nicht bereit, warte mal. Also, Glus, du schießt, dann gehen wir, ja? Genau, beim zweiten Schuss geht es. Und beim zweiten Schuss drehen wir uns um, oder was? Nee, wir machen das folgendermaßen, erster Schuss, ihr lauft, zweiter Schuss, ihr bleibt stehen, und Ritter heißt. Umdrehen und Schießen. Dritter heißt, umdrehen und schießen. Wie, stehen bleiben, aber nicht drehen, oder was? Nicht drehen, bin klar. Okay, erster gehen, zweiter stehen bleiben, dritter, umdrehen und schießen. Alles klar, easy peasy. Ah, fuck you. Oh, fuck you, ey. Ich bin schwer gebunden. Gut, ich verbinde euch jetzt beide, und danach werdet euch wieder ein Magazin schmacken. Gründlich zielen, dann trist er auch. Das sagt der Richtige. Habe ich dich überhaupt getroffen? Nee, ne? Ja, ich bin verletzt. Okay, sehr gut.